Hallo und herzlich willkommen zum Wetter im Ersten. Es gab heftige Schauer und Gewitter gestern Abend und auch in der Nacht. Und die haben zum Teil so viel Regen gebracht, wie sonst im ganzen Monat August fällt. Aura im Sinngrund in Bayern. 87 Liter waren es hier pro Quadratmeter seit gestern Abend, also in 24 Stunden. Villingen-Schwenningen 71 Liter, da fallen im ganzen August 78 Liter. Genauso wie auch Waltrop-Abdingenhof, da wären es auch 78 Liter im gesamten Monat. Da waren es jetzt 68. Das heißt, innerhalb von nicht einmal zwölf Stunden ist die Regenmenge eines ganzen Monats runtergekommen. Deswegen gab es auch verbreitete, zum Teil Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Frankfurt am Main 63, Schleusingen in Thüringen 60 Liter pro Quadratmeter. Heute war es nicht ganz so heftig, aber so ein paar kräftige Gewitter waren auch heute unterwegs. Man sieht auf dem Satellitenfilm die feuchte Luft hier im Norden. Die hat dafür gesorgt, dass es tief hängende Wolken, also Hochnebel gab, über Baden-Württemberg. Und auch über dem Schwarzwald haben sich Gewitter entwickelt, die jetzt weiter nach Osten bzw. Nordosten ziehen. Ähnlich war es dann auch so Richtung Erz-Fichtel-Gebirge. Auch dort zum Teil sehr kräftige Schauer und Gewitter, die sich weiter nach Norden verlagern werden. Noch jetzt auf dem Radar sieht man aktuell, dass es noch ordentlich kracht. Grammenberg heute gerade mal 17 Grad, das habe ich Ihnen nicht vorenthalten wollen, völlig vergessen. Unter den dichten Wolken war es recht kühl, 17, 18 Grad. Lörrach dagegen, dort wo die Sonne lange Zeit schien, 33 Grad. Und hier auf dem Radar sehen Sie eben die Gewitter, die jetzt noch aktiv sind zwischen Bayreuth und Nürnberg zum Beispiel. Da kracht es noch ordentlich. München ist es gerade durch. Hier ist auch noch sehr viel Regen in kurzer Zeit dabei. Und dieses kleine Tief da im Norden, das bringt zum Beispiel über Schleswig-Holstein und auch an der Ostsee noch so ein paar Tropfen. Das wird auch in der Nacht so weitergehen. Da zieht dann der Regen im Norden weiter Richtung Südosten Bayerns. Kann es noch zum Teil sehr kräftige Schauer und Gewitter geben. Kräftig heißt mit Starkregen, also viel nass innerhalb kurzer Zeit. Von Westen wird es zunehmend auflockern. Da kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei 14 bis 19 Grad. Und morgen Vormittag ist es schon verbreitet trocken und recht sonnig. So ein paar dickere Restwolken gibt es noch im Südosten Bayerns und auch im äußersten Norden, an Nord- und Ostsee. Im Laufe des Nachmittags dann aber für die meisten ein recht sonniger Tag mit wenigen Schauern und Gewittern in den östlichen Mittelgebirgen. Da kann es dann auch noch mal etwas kräftiger regnen. Sonst eher trocken mit sonnigen Abschnitten und auch wieder sehr warm. Direkt an der Küste 21 bis 23 Grad. Angenehm gut auszuhalten, sonst 26 bis 34 Grad Richtung Markgräfler Land. Das alles bei einem schwachen Wind aus östlichen Richtungen. Aber so insgesamt kommt Ruhe ins Wetter. Samstag eine schwache Kaltform, die von Nordwesten ja einzelne Schauer und Gewitter bringt. Sonntag meist trocken bei bis zu 34 Grad. Da gibt es, wenn überhaupt, nur ein ganz verlorenes einzelnes Gewitterchen. Auch die Partik숙 confusion. Fürовور希望олог wat bis 34kt. Von Jordan ist ein точно Myth. Wo ein Haarllacks-G palms你weit. Wo ist das in der wenig Zeit? Wo ist das in deroga Ausgaben? Rüstungen, die Sägebräche, kostengen, varets aus einzelnen 열�erense.